So, da sind wir zurück. Ihr seht, ich habe gerade dieses komische Reisegerät-Dingsbums aktiviert, deswegen war auch gerade der Ladebild. Ja, wir machen instant weiter, würde ich sagen. Level 21 sind die Viecher! Die machen hier damage! Nichts! Die Biester machen ja echt gut Damage, muss ich sagen. Aber geben auch gut XP. Die Biester machen ja gut. Mit uns singt sich besser niemand an. Die machen echt gut Damage. Ae! Der Verfallerabverwalter. Okay. Was auch immer mit dem Vieh los ist. Das war's mit dem Sieg. Oh nein! Da ist ein Reinigungser. Das ist eine Einwachter. Das ist dann gleich. Das war's für heute. 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 Ich wollte mir gerade mal die Hose angucken. Kackvieh! Was? Das war's für heute. 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 Und? Das war's für heute. 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 Den א�pftel-Wie, die anderen там tauchen wir schon? W犯��� thermgereist, die du Ausatori hast gesehen. Das war's für heute, die du im Ernst oder so zusammen bist. Aber hier hat dich noch specsst? Wir blusken den Nachdenken an Sie um, Eins, zwei, drei. Wir versuchen die mal... Hä? Ach da, vier. Wir versuchen die mal so gut wie es geht zum Gehen. Ja, das war's dann. Hallo? Kämpfer? Ja, das war's dann. Was ist denn hier los? Hä? Die waren mir jetzt ein bisschen zu stark. Oh, halt dein Maul, du Idiot. Bleiben Sie wohl. Ah, ich will aber kein Kleid anziehen. Hö? Hö? Ähm... Ähm... Ja... Ja... Ganz komisch, warum das hier so weiter bleibt. Ist mir eigentlich auch egal. 4, 3, 2... Also das ist ja die gleiche wie ich hab. Läuft. Benötigen Sie medizinische Hilfe. Leben Sie wohl. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Dort, hä? Das heißt ja eigentlich, hier unten ist noch was zum Aufdecken. eremos. Was ist, wenn du noch was? Bin, der... Ich bin jetzt vor Ort. Ja, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt. Ja, טalte. Ich bin jetzt hier. Ich bin da... Und dann werde ich hier. Ich bin jetzt hier. Ja, ich bin mit. So, ich bin hier. das problem ist dieses ding ist alles ab stufe 30 wir sind aber stufe aktuell 21 aufgaben stufe 30 eine stufe 30 kann ich mir gar nicht vorstellen das kann ich mir nicht vorstellen die sind aber alle so stark was ist mit dem hier die pläne sind auf dem weg zur befehlszentrale wenn die verstärkung eintrifft machen wir diese insekten nieder keine ahnung was der tuli damit mitte jetzt haben wir alles aufgedeckt was ist das dahinten und wo ist der endboss hier wird es doch definitiven endboss geben okay ich verstehe aber was ist das doch für eine hütte ja und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 nicht wenn ihr was seht das euch gefällt ruft mich einfach beehrt uns doch wieder ich verstehe das einfach nicht ja ja oh was haben wir denn da feines so naja da ja wohl das alles ein bisschen zu stark zu schwer für uns ist machen wir mit der ersten quest weiter mit der ersten story quest zu ihren diensten meint aber hier muss ich auch noch was aufdecken reiseroute bestätigt dann fliegt man erstmal dort dahin so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja gut, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020